Seit 1988 steht der DAX mit den größten börsengelisteten Unternehmen in Deutschland für die deutsche Wirtschaft und mit der Commerzbank kehrt ein DAX Gründungsmitglied zurück. Und daher wissen Sie nur allzu gut, dass mit der Zugehörigkeit in der ersten deutschen Börsenliga Prestige und Aufmerksamkeit verbunden ist. Ein Platz im Schaufenster garantiert weltweite Aufmerksamkeit internationaler Investoren und Assetmanager, die immer wichtiger wird. Ein attraktiver Finanzplatz mit dem Herzen hier in Frankfurt liefert den Antrieb für Wachstum und Innovation. Die Rückkehr in den DAX tut uns allen in der Commerzbank sehr gut. Sie ist Anerkennung für das, was wir in den vergangenen Jahren geleistet haben. Aber vielmehr, sie ist Ansporn mit dem gleichen Kampfgeist und mit der gleichen positiven Energie weiterzugehen auf dem Weg zu der digitalen Beratungsbank Deutschlands, den wir vor gut zwei Jahren mit unserer Strategie 2024 eingeschlagen haben. Meine Damen und Herren, die Commerzbank ist wieder da und wir sind zurückgekommen, um zu bleiben. Wir sind uns auch darüber im Klaren, dass die Erwartungen an einen DAX-Wert andere sind als an einen MDAX-Wert. Über mangelnde Aufmerksamkeit von Märkten und Medien mussten wir uns auch in der Vergangenheit nicht beklagen. Aber klar ist auch, als DAX-Wert werden wir doch noch ganz andere große Investoren anziehen, die uns bisher nicht auf dem Radar hatten. Auf jeden Fall möchten wir die Attraktivität unserer Commerzbank-Aktie für Investoren weiter steigern. Ein Stück des Paketes und ein Stück unserer Anzeigetafe. Vielen Dank.